hallo und willkommen meine lieben damen und herren mit einer neuen episode angezockt heute mit der etwas unerwartet erschienenen demo zu outlast 2 dem nachfolger zu wohl einen der besten horror titel der letzten jahre kann man so sagen eigentlich eigentlich so wirklich der einzige gute horror titel der letzten jahre wenn ich mal so darüber nachdenke denn was gab's schon so wirklich anderes the evil within war jetzt nicht so wirklich gut five nights at freddys ist sowieso crap eigentlich gab es sonst noch irgendwas ich wüsste jetzt nichts egal egal lassen wir das thema beiseite wir sind bei outlast und wir starten gleich mal die demo you are blake langer man a cameraman working with your wife lynn the two of you are investigative journalists willing to take risk and dig deep into undercover the stories no one else will dare touch you're following a trail of clues that started with the seemingly impossible murder of a pregnant woman known only as jane doe the investigation has led you miles into the arizona desert to a darkness so deep that no one could shed light upon it and the corruption so profound that going mad mad may be the only same thing to do ok wir sind also so journalisten also wir sind ein journalist der mit seiner frau zusammenarbeitet und gerade irgendeinen mordfall von einer schwangeren frau untersuchen na gut gucken wir mal gleich auch mal sagen die demo gibt es nur auf englisch und momentan auch nur im playstation store wobei sie gesagt haben xbox und pc sollen bald kommen und wir haben schon mal ein schönes brennendes kreuz ein umgedrehtes kreuz da hat der kuklux klanders aber in die falsch aufgestellt naja und wir fallen natürlich gleich mal auf die fresse mir schwindelig hier muss jetzt mal die brille suchen da hast du sie hoffentlich kein sprung drin nie sieht noch gut aus alles cool und natürlich die kamera die darf bei outlast nicht fehlen ah ok nachtssicht ist natürlich auch wieder am start die braucht aber natürlich batterie ok das zoomen ist auf dem touchpad na da weiß ich jetzt aber nicht ob ich das so geil fände aber gut gehen wir hier mal rein also da runter ich finde es zumindest schon mal schön dass es jetzt auch anscheinend ein paar außen gebiete gibt denn beim ersten teil war man ja eigentlich im großteil nur in der irrenanstalt unterwegs ja ab und zu war man auch so ein bisschen im garten aber sonst eigentlich hauptsächlich drin und hier ist ein ziemlicher sandsturm haben wir herumfegen ah run l3 ok ich schätze mal grob kreis ist ducken stimmt auch muss mich jetzt mal hier so ein bisschen an die steuerung gewöhnen denn den ersten teil habe ich ehrlich gesagt auf dem pc gespielt hier ist das fenster was irgendwas macht die geräusche oh du tust mir nix oder ihr seid doch alle nette leute hier jesus kann ich eigentlich rein ich will nicht die batterie nachladen ich hab doch noch genug aber rein kann ich hier anscheinend nicht mein gott ja dann lade ich halt mal nach ansonsten geht die anzeige nie weg meine fresse ey so ist hier jemand drin ne oh ja zieh ich zurück hast schon recht hast du Schiss von mir he ja 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 so kennt man euch Meichelmörder kann ich das anschubsen ne sind das hier eigentlich ne tote Kuh das ist hier aber nicht alles unbedingt sehr hygienisch was war hier hide da drin yey hallo ok ist zumindest mal ein bisschen was anderes als wie immer nur die Spinde und Schränke im ersten teil gott ich wollte da gerade reingehen ok komm sogar rein wer hat hier bitteschön die Tür geschlossen es ist niemand drin oh battery gib die her wer sind die eigentlich sieht irgendwie so aus wenn das irgendwie so eine Art Anführer ist aber für Jesus ist der ein bisschen zu fett na gut boah hier ist es aber Fenster ey ok links oder rechts ok links rechts geht nirgendwo hin waren echt fucking Fenster hier ach auch der schöne Teddybär dem fehlten Auge ok ok Bilder von kleinen Kindern das ist ein bisschen creepy Leute ok durch die Tür kann ich nicht aber ich schätze mal grob dass ich durchs Fenster kann scheiß Raben mhm da kann ich anscheinend raus oder ich gehe hier raus das bleibt mir wohl mir selbst überlassen ok hier könnte ich raus jetzt will ich aber echt nochmal probieren ne hier ist zu ok dann geht es sowieso nur da ach da ist ein Loch im Zaun alles klar da hängt auch irgend so ein Fetzen hat der irgendwas zu bedeuten gehört der irgendwie zu meiner Frau oder irgend sowas in die Richtung keine Ahnung ich weiß ja nicht mal wie die aussieht ok Nachtsicht bringt mir hier nicht wirklich viel überall diese Kreuze ey muss das sein ich schätze mal grob dass es hier im zweiten Teil dann mehr irgendwie um so eine Art Sekte gehen wird satanas inibical dei ich gehe mal grob davon aus das ist Latein aber ich kann kein Latein und wir gehen natürlich runter in den schönen Keller eine verdammt blutige Krippe ich schätze mal grob die war nicht für Baby Jesus gedacht was steht denn hier eigentlich so Senor Monde Jus a white 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 muta fezifititu alter die fliegen nerven hier meine Fresse geht weg oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein what the shit da sind definitiv keine Puppen mehr ups wieso zoome ich direkt so an den Arsch ran ich weiß es nicht aber da sind definitiv keine Puppen und jetzt wissen wir wahrscheinlich auch wo die Kinder hingekommen sind von denen sie die Fotos aufgehängt haben ja geil so schnell wie möglich wieder raus hier natürlich steht hier auch noch so ein Schaukelpferd jetzt fängt wahrscheinlich auch noch irgendeine Mädchenstimme an zu singen ich sag's doch jetzt kam gleich eine Mädchenstimme und im Hintergrund hört man schon soll ich echt da runter muss ich anscheinend denn da raus komm ich nicht geh ich mal grub davon aus ne hier sind wir rausgekommen ja na gut dann rein da okay jetzt fängt hier also auch noch der Tentakelporno an schön kann ich da nicht raus gucken ein bisschen nicht so wirklich boah hier sieht man ja überhaupt nicht so eine Nachtsicht ja ne jetzt will ich noch nicht nachladen ein bisschen Saft habe ich noch was passiert denn hier jetzt einfach weiter einfach ignorieren hier um die Kurve das hat ein bisschen Rums gemacht aber wir sind anscheinend in einer Schule zumindest haben wir mal ein bisschen Licht meine Güte dieses Gestöne vom Hauptcharakter ach das erinnert mich sehr stark an den ersten Teil der hat auch immer die ganze Zeit oh battery ne floppy disk wer zur Hölle benutzen die heutzutage noch bitte schön gut ich weiß jetzt auch nicht in welchem Jahr das ganze spielt aber ich schätze mal doch das wird ein bisschen aktueller sein oder hier ist zu hmm ups Sala ah das geht auf ok jetzt kann ich mal nachladen ach wieso ist es hier überall so Fenster ach ok könnte ich mich auch verstecken oh da sah ich was blinken joink aha was wo ist Jessica na gucken wir uns das hier mal an to Jessica first place hey Lynn I'm bored Mr. Combo was still talking about the 30 years war bla 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 Habsburgs bla bla da hat wohl jemand richtig viel Spaß in der Schule ok music box ah jetzt kommt doch sicher gleich irgendwas rausgesprungen oder auch nicht ja da ah irgendwas war da äh äh ne äh 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 nein ach scheiße kann ich wieder zurückgehen in das Klassenzimmer wo Licht war natürlich nicht oh scheiße boah komm ich hier irgendwo raus ich will hier einfach nur weg ich verstecke mich jetzt fängt irgendwie meine Sicht zum wabern an so links und rechts aber jetzt hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt oder ah ah ja Arschlöcher what the fuck ist denn mit der Kamera los ey ach da vorne ist jetzt offen oder oh das ist er oh einfach nur durch da ist Licht das finde ich gut oh hä da war doch gerade irgendetwas Schnee boah das ganze hat gerade hier irgendwie so einen kleinen Silent Hill Vibe gibt's denn noch irgendwo eine Batterie für mich das würde ich echt nice finden ah ne kleines Mädchen ah lass mich in Frieden Jessica ja ja Jessica kann schreien ich will eine Batterie haben hier ist aber nirgendwo eine scheiße ach und da hinten hängt sie schon oh Gott yes ah das Zungenmonster ist auch wieder da lalala ich will da gar nicht rein oder ich schätze mal grob ich muss da rein kann ich aber nicht ey du ne 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 lass mich doch ach komm nein aua ok wir sind anscheinend wieder zurück in der Hütte und oh hallo Leute nein mach zu oh Gott zück die Kamera oh nein ok ok mal schön im Maisfeld versteckt jetzt ist nur die Frage wo zur Hölle muss ich hin ich gehe hier einfach mal gerade weiter da hinten ist irgendeine Hütte sieht doch mal gut aus wobei da ist Licht und im Licht stehen will ich nicht unbedingt die sollen hier schön herumirren und mich nicht finden da hinten ist eine Laterne ah ja da kommt jemand gehen wir hier mal ein bisschen schneller voran oh fuck kommt der da jetzt um die Ecke das will ich aber nicht ich glaube da oh scheiße jetzt kommen die hier aber von überall einfach mal hier verstecken fuck ich glaube das war nicht clever fuck 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 ich glaube da hinten bin ich richtig könnte es einfach loslaufen das mache ich jetzt auch ja in Sicherheit oh nein doch nicht in Sicherheit hu lass mich oh nein ja 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 oh Licht ausmachen oh scheiße Licht wieder an hui wo geht es hin au ach jetzt verliert er schon wieder die Brille mein Gott kleb sie dir doch fest oh ich geh mir nicht oh da bin ich da hin genau in die ah ja das war schon die Devo die war fix vorbei da hätte ich mich glaube ich mal ein bisschen mehr umgucken können umgucken können aber gut ja das war es dann mit der Demo zu Outlast 2 und ich habe es sogar überlebt ohne dass ich einmal gestorben bin das wundert mich ein bisschen selbst muss ich sagen denn beim ersten Teil bin ich zumindest am Anfang oft genug gestorben aber ja Outlast 2 macht mal einen guten Eindruck einen guten ersten Eindruck ich frage mich halt auch ein bisschen ob das dann in der Vollversion dann auch so ist dass man so zwischen Plätzen hin und her springt also wir waren zuerst in den Dorf dann sind wir irgendwie in die Schule gekommen und dann waren wir wieder in den Dorf wie das Ganze zusammenhängt wahrscheinlich hängt es irgendwie mit dem Zungenmonster zusammen aber was genau das dann ist ey was weiß ich gut das war ja beim ersten Teil auch schon irgendwie so mit dem Outrider Typen oder wie der hieß dieses Geisterwesen der war ja auch schon irgendwie komisch und das Zungenwesen sieht noch um vieles komischer aus aber lassen wir uns einfach überraschen wenn Outlast 2 schlussendlich irgendwann mal erscheinen wird für PC, Xbox One und Playstation 4 wann genau weiß ich jetzt gar nicht wann der Release sein soll das hätten sie am Ende von der Demo schon irgendwie hinschreiben können wären die schlecht gewesen aber ja Outlast 2 ein guter erster Eindruck ich bin gespannt auf die Vollversion und ja ich hoffe einfach mal wir sehen uns wieder beim nächsten Video sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal Tschüss auf Wiedersehen und man sieht sich